einen wunderschönen hier aus dem mauerpark aus berlin ich bin gray young und das ist dein männermagazin hier auf youtube wenn du ganz neu hier auf diesem kanal bist herzlich willkommen in der männermagazin community wenn du öfters mal ein video geschaut das von mir dann bist du vielleicht ein bisschen überrascht dass ich mich nicht mit den worten herzlich willkommen unter den straßen von berlin melde denn wie ihr seht ich bin woanders ich habe mein studio ich meine das war eher ein platz in einem fensterlosen keller der auch in der winterzeit etwas kühler war habe ich eingetauscht und bin zurückgegangen in meine wohnung weil es einfach komfortabler ist und das ist mein erstes video hier aus meinem flur in oder aus meiner wohnung am mauerpark in berlin und krasser weise das erste video seit es mich überhaupt gibt auf youtube in 4k krasser shit schreibt mir mal wie ihr die qualität findet so heute möchte ich über ein für mich ganz ganz besonderes thema sprechen wusstest du dass es eine tablette gibt die dich wenn du sie regelmäßig einnimmst vor einer ansteckung steckung mit hiv zuverlässig wie ein kondom schützen kann es geht heute um die prep macht ihr am besten eine tasse tee oder einen kaffee ich habe heute schon genug kaffee gehabt deswegen gibt es für mich nur ein wasser denn ich möchte mir wirklich viel zeit nehmen dieses thema einfach mal jedem ganz nahe zu bringen es geht darum welche voruntersuchungen man über sich ergehen lassen muss so dass man dann diese am ende verschrieben bekommt ich spreche über die nebenwirkungen über die kosten natürlich über meine ganz persönliche erfahrung und natürlich auch darüber wie man sie einnimmt was man alles beachten muss und natürlich möchte ich auch einmal das kapitel hiv hier bei uns in deutschland anschneiden wenn dich das interessiert wenn du wissen möchtest wie meine ganz persönliche prep erfahrung ja aussieht oder aussah und warum sie quasi auch schiefgegangen ist ja dann unbedingt dranbleiben schön du bist noch da das finde ich erstmal wirklich vorzüglich ich warte aktuell im übrigen auf meine lieferando bestellung ich habe hunger das könnt ihr euch nicht vorstellen es geht um die prep ja und die prep ist eine tablette ich hole sie jetzt einfach mal hier aus dem dössel raus komm schon so sieht eine prep aus ja ich halte sie mal näher dran das ist eine solche prep also ich sag mal hat die größe von einer vitamin tablette ich habe mir diese verschreiben lassen ich habe mir die sogar ein zweites mal verschreiben lassen die geschichte dazu geht wie folgt als ich nach berlin gezogen werden vor mehr als zwei jahren dachte ich mir okay ist vielleicht ganz klug sich die prep verschreiben zu lassen also habe ich mir ein hausarzt gesucht der ja es war eine empfehlung von einem freund von mir der allerdings auch gleichzeitig eine hiv schwerpunktpraxis ist und auch schwer fokusgebiet infektologie hat ich glaube solche ärzte die in diesem bereich arbeiten haben sowieso schon mal ein großes verständnis dafür wenn man mit dieser thematik auf sie zugeht und nach einem sehr intensiven aufklärungsgespräch über die inhalte gehe ich dann später noch darauf ein habe ich mich dazu entschlossen mir ein rezept hierfür mitzunehmen ich habe auch damals schon gesagt mir reicht erstmal eine packung weil ich diese prep nicht durchgängig jetzt ein leben lang nehmen möchte sondern nur wenn es einen grund dafür gibt so ich hatte die dann zu hause und ich habe auch dem arzt gesagt dass ich mich selber damit erst nochmal beschäftigen muss und noch nicht weiß ob ich sie nehmen werde oder nicht das ganze hat dann fast zwei jahre gedauert nämlich bis zum dezember letzten jahres wo ich mir so dachte mensch ich würde sie jetzt gerne mal ausprobieren dann habe ich mir das ding hier genommen und wollte schon die erste nehmen und guck so auf das haltbarkeitsdatum und dann war die verpackung und die tabletten schon einige monate abgelaufen so das war natürlich ungünstig und deswegen musste ich dann vor weihnachten noch mal den arzt aufsuchen und ihm erklären warum er mir noch mal eine verschreiben muss und im zuge dessen mussten alle das ganze gesamte prozedere mussten wir noch einmal von von vorne machen das heißt wir sind jetzt bei dem thema voruntersuchung also wenn du deinen arzt erklärt hast warum du die prep nehmen möchtest das heißt wenn du sex mit männern hast dann ist das in der regel überhaupt kein problem oder wenn es ansonsten gründe gibt warum es nachvollziehbar ist dass eine prep bei dir sinn machen könnte dann kriegst du die prep auf kassenrezept die voruntersuchungen sind sehr 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 wichtig das heißt bei mir wurde blut abgenommen und es wurden ein paar abstriche gemacht das heißt es wurde sichergestellt dass ich zum einen keine hiv infektion bereits in mir trage dass ich keine chlamydien keinen tripper keine syphilis und auch keine hepatitis c habe das alles muss vorher abgeklärt werden und da muss man durch das oder die kosten dafür übernimmt auch komplett die krankenkasse gott sei dank und ja dann kriegt man das rezept während dann die untersuchungsergebnisse dann eintrudeln das dauert ja erfahrungsgemäß immer ein paar tage so dann habe ich dann irgendwann noch ja kurz nach weihnachten die info bekommt per sms das alles wunderbar ist und somit wusste ich ich kann die prep tatsächlich nehmen das rezept wenn man das in der apotheke abgibt ich gebe zu man fühlt sich ein bisschen komisch ein rezept für so etwas der apothekerin auf den tisch zu legen aber da muss man einfach mal mutig sein und ja es hat mich dann sieben euro fünf oder sieben euro acht an zu zahlung gekostet und damit bin ich dann nach hause spaziert und habe dann sie dann auch bald angefangen zu nehmen bevor es um meine persönliche erfahrung geht mit prep und was daran schief gelaufen ist möchte ich an dieser stelle über die möglichen nebenwirkungen sprechen also es ist es ist nicht nur wichtig vor der einnahme quasi die sexy übertragbaren krankheiten abzuklären dass sie auch nicht bei dir vorhanden sind und dass du kein hiv hast aber es können nebenwirkungen auftreten es gibt nebenwirkungen ich sag mal die man schon mal öfters in einem beipackzettel gelesen hat kopfschmerzen übelkeit durchfall es gibt auch aber langfristige auswirkungen dieses medikaments die hat auftreten können die da wären dass die knochendichte abnimmt oder auch dass die niere an leistungsfähigkeit einbüßt deswegen auch die nierenwerte immer mal wieder kontrolliert werden müssen das heißt wenn du hiermit startet musst du alle drei monate spätestens mal beim arzt wieder aufschlagen und die ganzen tests über dich neu ergehen lassen so das fand ich jetzt erstmal ganz wichtig wenn wir darüber sprechen dass man mit einer pille die man einmal täglich einnimmt also bei der regelmäßigen einnahme dann reden wir ja auch davon dass wir uns vor hiv schützen wollen und hiv in deutschland dazu möchte ich noch mal einen ganz kurzen break machen weil ich es essentiell wichtig finde dass man da mal die zweite nummer abholt eins mal vorweg wenn du auf einen menschen trifft der hiv hat und der in behandlung ist und wo es nachgewiesener weise so ist dass seine virus last einfach nicht mehr im blut nachweisbar ist dann kannst du dich wenn du mit diesem mann mit diesem mann es gibt ja auch mann und frau miteinander sex haben dann kannst du dich bei den menschen nachweislich nicht warum sag ich immer nachweislich du kannst dich auf jeden fall nicht mit hiv anstecken wenn die person mit hiv in therapie ist und die virus last unter der nachweisgrenze ist in anderen worten ausgesagt oder ausgedrückt bedeutet das eigentlich gibt es nichts sicheres als ein sexualpartner zu haben bei dem hiv diagnostiziert wurde der in therapie ist und wo die virus das einfach nicht nachweisbar ist so viel dazu dass man oder viele oder die meisten irgendwie denken dass wenn sie auf einen menschen treffen der hiv hat dass sie direkt per se kategorisch ausschließen mit dieser person sex zu haben also das sollte man immer auf jeden fall ganz krass überdenken weil eigentlich gibt es ja überhaupt keinen grund zu was glaubst du wie viele menschen in deutschland mit hiv leben ist nicht eine ganz einfache frage deswegen löse ich sie mal direkt auf also in deutschland leben ich habe einen ganz kleinen spickzettel gemacht damit ich auch nichts falsches sage und die zahlen stammen aus dem rki bericht rki ist jetzt ja allen ein begriff seitdem es kona kurve und omikron gibt in deutschland leben 91.400 menschen mit einer hiv infektion was finde ich eine ganz schöne menge ist und jetzt ist natürlich eine frage auch relativ spannend wie so im jahr 2020 hinzugekommen insgesamt haben sich im jahr 2020 circa 2000 menschen neu mit hiv infiziert was krass ist und an dieser stelle als ich den rki bericht dazu durchgelesen habe hat mich besonders verwundert dass die altersgruppe männlich etwas älter so zwischen 40 bis 60 65 dass die im extrem hohen maße sich krass neu infiziert mit hiv warum auch immer also diese altersgruppe ist besonders aufgefallen dass sich gerade ältere männer häufig mit hiv anstecken und von ja das was auch noch bemerkenswert ist im negativen sinne dass von den 91.400 menschen 9400 menschen gar nicht wissen dass sie hiv haben und das ist besonders schlimm weil wenn du nicht weiß dass du es hast dann kommst du erst nicht in behandlung und du steckst noch andere an ohne dass du weißt dass du sie ansteckt weil du ja nicht weiß dass du es hast also testen 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 ist mega mega wichtig natürlich was ist die erklärung gerade bei den heterosexuellen ist es oftmals so dass hiv gar nicht in betracht gezogen wird wenn es um die abklärung einer erkrankung geht und das ist auch so ein bisschen das problem also testen hilft denn je eher du mit einer medikation anfängst umso besser ist das für deine gesundheit so das erst mal zu zum thema hiv also 2000 menschen haben sich neu angesteckt und wenn man jetzt mal schaut wie ist das verhältnis homosexueller mensch also männer die mit männern sex haben bei den neuen steckungen versus heterosexuell und da ist es so dass immer noch die eine große mehrheit von den neuen steckungen bei man hat mit mann sex stattfindet und eine geringere anzahl natürlich bei heterosexuellem geschlechtsverkehr so ist das 97 prozent von den hiv infizierten menschen sind in therapie und davon können 96 prozent anti retro viral behandelt werden ja also heute sagt man im per se dass die lebenserwartung einer person mit hiv nahe an dem dran ist an einer person die kein hiv hat was ich neulich noch gehört habe ist allerdings dass wenn du medikamente nimmst um deine viruslast zu unterdrücken dass dann das krebsrisiko um das siebenfache ansteigt also hiv auch wenn man sie gut behandeln kann ist immer noch kein zuckerschlecken und sollte man einfach nicht so hinnehmen und sich nicht risikofreudig verhalten und dafür gibt es natürlich das kondom das kennen wir alle ich bin ja mitten der der aids aufklärung aufgewachsen also nachdem die aids epidemie in den 80er jahren waren wo es mega geile sendungen zu gibt post auf netflix glaube ich hat wahrscheinlich schon fast jeder gesehen und es gibt noch eine weitere auf amazon auf so einem sonder channel die heißt ist es hin ist es hin ich habe sie auch von picture boys ein lied die beiden serien sind auf jeden fall extrem sehenswert und da sieht man halt wie krass damals der hiv virus und aids zugeschlagen hat und wie sie alle wie die fliegen jetzt haben wir schon über einiges gesprochen kommen wir jetzt mal zu meiner ganz persönlichen präp erfahrung ich habe schon erzählt in dem moment wo man das rezept hierfür an die apothekerin übergibt fühlt man sich ein bisschen schlecht wenn man sie dann zu hause hat fühlt man sich dann wiederum besser eins vielleicht noch die prep auf kasse gibt es erst seit 2019 davor muss man für eine drei monatsbehandlung so um die 1600 euro hinblechen was ja ganz schön viel ist insofern toi 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 und mache ich drei kreuze dass es mittlerweile jedem zugänglich sein sollte und auch zugänglich ist vorausgesetzt man weiß es dass es das gibt dabei ist es so dass die prep jetzt nicht das kondom ersetzen soll das kondom verhindert ja nicht nur dass man sich vor hiv ansteckt dass die frau schwanger wird oder dass man sich bei der anderen sexuell übertragbaren krankheit ansteckt aber das kondom gerade auf die sexuell übertragten krankheiten so mit schmierinfektion und was es da alles gibt da kann man mit dem gebrauch des kondoms den schutz auf 50 prozent erhöhen vor hiv schützt ist natürlich viel mehr als 50 prozent das ist ja weit über über kurz vor 100 prozent und den gleichen schutz vor hiv mit dem mit dem kondom erzieht man eben mit der prep und es ist nicht dafür gedacht dass man das kondom jetzt weglässt und einfach die tablette schluckt das soll man nicht tun auch wenn es viele so praktizieren schrägstrich leider ausrufezeichen also ich habe damit angefangen und zwar als ich aus höfelhof dort habe ich ja weihnachten mit meinen eltern meinem vater vielmehr gesagt um meinen schwestern und meinem neffen und so weiter gefeiert und als ich wieder zurück kam habe ich hiermit angefangen diese zu nehmen jetzt kommen nämlich zum zum einnahme schemata und zwar man muss unterscheiden man kann die prep regelmäßig nehmen oder man sagt man hat so selten risikovollen sex dass man es anders bezogen nimmt ja und insofern gibt es auch zwei verschiedene einnahme schema schemata fangen wir erst mal mit der an mit der ich angefangen habe die anlass bezogen prep da sieht es sowieso aus ich blende das schema ein man startet meinetwegen am donnerstag mit zwei preps mit zwei pillen auf einmal sagen wir am donnerstag um 8 uhr morgens so am nächsten tag am freitag um 8 uhr morgens musst du wieder eine tablette nehmen und wenn du dann meinetwegen am freitag ja 24 stunden nachdem du die zweifache dosis genommen hast danach hast du schon einen schutz vor hiv die aids hilfe zum beispiel oder an vielen anderen stellen kann man nachlesen dass ein schutz vor hiv wenn man die zwei tabletten auf einmal einnimmt dass man dies zwei bis 24 stunden vor dem sexuellen kontakt einnehmen soll ja also ich bin da auf ganz nummer sicher gegangen hat wie gesagt am donnerstag zwei genommen am freitag eine und am samstag dann die nächste und dann wollte der zufall ist so dass ich dann am samstag tatsächlich sexuellen kontakt mit einer person hatte und ich habe gesagt ich bin ja mitten in der in der hochzeit der aids aufklärung aufgewachsen infolgedessen habe ich noch nie ohne gummi sex gehabt also ich habe ja sex mit männern das muss man der stelle sagen und ich hatte zum ersten mal ohne kondom sex weil ich es unbedingt mal ausprobieren wollte und ich konnte jetzt ja zumindest durch die einnahme der prep kategorisch ausschließen mich dadurch durch das weglassen des kondoms mit hiv anzustecken ich möchte an der stelle war auch sagen dass die prep nicht das kondom ersetzt das heißt sobald man die prep nimmt und das kondom weglässt läuft mein gefahr fiese fiese geschäftskrankheiten sich einzuhandeln also chlamydien syphilis und habe ich eben schon von gesprochen aber es gibt auch so was ganz fieses wie zum beispiel feigwarzen ja und die will niemand haben ich kenne eine person die hat sogar eine feigwarze in der harnröhre die musste dann dort raus gelasert werden also leute nutzt kondome ich habe es für mich einmal diese erfahrung sammeln wollen und ich muss sagen ich fand es wirklich beeindruckend im positiven sinne möchte an der stelle auch direkt sagen dass ich das so in dieser art nicht noch einmal tun werde ich glaube dass das gleich noch mal ein anderes thema ich glaube einfach es spricht vieles dafür eine monogame beziehung zu führen die auf vertrauen basiert die wirklich monogam ist weil dann braucht man das nicht und dann kann man auch auf das kondom verzichten aber da ich ja schon von meinen 43 jahren bestimmt 40 jahre single bin ist das kondom mein allerbester freund wobei sagen muss dass ich eigentlich glaube ich verhältnismäßig wenig sex habe weswegen ich die auch nur andersbezogen ausprobiert habe und an dieser stelle möchte ich jetzt dann auch doch mal auf darauf eingehen warum ich die prep wieder abgesetzt habe oder was bei mir schiefgegangen ist und zwar ich habe die nebenwirkungen angesprochen die sich einstellen können und ich hatte kopfschmerzen ich konnte jetzt nicht genau eindeutig zu zuordnen ob die kopfschmerzen aufgrund von einem temperaturumschwung im wetter kam weil es war sehr kalt dann wird es auf einmal frühlingshaft 11 12 grad da bin ich auch sehr wetterfühlig was kopfschmerzen angeht aber ich hatte kopfschmerzen während ich die prep genommen habe und es war so dass mein magen ab dem zweiten tag ein bisschen sich flauern gefühlt hat und die haben einen magen definitiv nicht gut getan man soll natürlich idealerweise die prep mit einer mahlzeit einnehmen das habe ich ja ich habe jetzt keine krasse richtige volle volle mahlzeit genommen ich habe in kleinigkeit gegessen das war auf jeden fall zu wenig ich hatte einfach ein unwohlsein im magen und die verdauung war auch eher flüssig als fest wenn ich mal so ehrlich sein darf und es ging halt dann auch schon eher so richtung so leichtes magen krummeln und unwohlsein und dass ich mich nicht komplett leistungsfähig gefühlt habe und was auch hinzu kam dass ich krass müde war insbesondere morgens aber auch abends ich war krass müde und das alles hat dazu geführt dass ich gesagt habe nee also wenn überhaupt bleibe ich bei andersbezogen und tendenziell würde ich die prep sowieso komplett sein lassen es gibt viele die vertragen sie ausgezeichnet und da freue ich mich für diese person ich finde es irgendwie auch vielleicht auch ein wink mit dem mit dem zaunpfahl oder ein wink vom schicksal dass ich sie an augenblick nicht so gut vertrage weil keiner weiß was die folgen sind wenn man die über mehrere jahre regelmäßig einnimmt ich möchte eine stelle mal kurz darauf hinweisen dass ich kein arzt bin das heißt wenn ihr euch dafür interessiert die prep zu nehmen dann schaut noch mal auf den seiten zum beispiel der aids hilfe vorbei dort wird das thema sehr gut erklärt einen link dazu findet ihr meine video beschreibung ich habe die anlassbezogene prep benutzt ihr könnt sie aber auch regelmäßig benutzen dort sieht das einnahmeschemata natürlich anders aus was ich an dieser stelle nummer einblende und nimmt dann jeden tag kontinuierlich immer einmal am tag zum gleichen zeitpunkt eine tablette ein genau dann gibt es einen großen unterschied diese beiden eine einnahmeschemata beziehen sich immer darauf dass männer miteinander sex haben sobald es zu einem sex zwischen frau und mann kommt oder sagen wir du bist eine frau und möchtest dich vor hiv schützen dann musst du die prep anders einnehmen da musst du jeden tag für eine woche eine tablette einnehmen erst dann stellt sich bei dir ein sicherer schutz vor hiv ein wie wirkt die prep eigentlich bei der prep ist es so dass ausgerechnet jetzt kommt mein salat sekunde so mein salat ist da naja ich werde das video noch zu ende bringen und dann stürze ich mich auf den genau ich war dabei gewesen zu erzählen dass das einnahmeschemata bei frauen die sie schützen wollen anders aussieht und wie die prep wirkt nämlich dass sich der wirkstoff in die schleimhäute in die schleimhäute quasi setzt und weil die aufnahme des hiv virus passiert über die schleimhäute und deswegen kann man sich nicht mit hiv infizieren weil die prep in den schleimhäuten sitzt und so ein eindringen des virus verhindert ich hoffe ich habe das so halbwegs plausibel erklärt und es war auch richtig ansonsten wie gesagt schaut mal bei der elz hilfe vorbei dort findet ihr alle informationen auch noch mal sehr gut aufbereitet so das war es was ich jetzt euch zur prep mit auf den weg geben wollte wenn ihr noch fragen habt zur prep oder zu meiner prep erfahrung dann schreibt es mir gerne in die kommentare ich werde jeden kommentar beantworten mich und würde es natürlich auch sehr interessieren wer von euch selber prep nimmt oder schon mal prep genommen hat oder welche meinung ihr zu dem thema habt findet ihr es generell gut dass es jetzt quasi eine pille auf rezept gibt mit der man sich vor hiv schützen kann oder habt ihr da vielleicht eine etwas kritische meinung zu ich freue mich auf jeden fall da viele kommentare unter diesem video zu lesen und ja wünsche uns allen eine gute zeit passt auf euch auf und vor allem bleibt bitte gesund ich gehe jetzt ran an meinen salat ich hoffe wir sehen uns schon bald wieder hier auf deinem männermagazin auf youtube und immer daran denken wir sind was wir aus uns machen oder ja kreis